Hallöchen da draußen und willkommen zurück zu Mafia 2. So, wir haben einen wichtigen Auftrag bekommen. Wir müssen nun die Marken abgeben an den Tankstellen, wo wir bekommen haben, die Benzinmarken. Und da müssen wir uns jetzt beeilen, weil um Punkt 12 Uhr läuft nämlich die Lizenz ab. Und wir bekommen dann kein Geld dafür. Die sind ziemlich weit verteilt. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir vor? Ich würde sagen, wir werden mal die erste Tankstelle abfahren. Kann man da einen Wegpunkt setzen? Jawohl. So, einmal zu der hier. So, genau. Dann können wir das nämlich irgendwie machen, aber wir müssen uns auch gucken wegen der Geschwindigkeit, dass wir die nicht so arg überschreiten. Weil da haben wir nämlich wieder die Bullen an der Backe und das ist natürlich auch unschön. Aber umso mehr Marken wir Marken beim Kassierer und drücken E, um die Marke zu verkaufen. Hey, ähm, wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Äh, das bleibt aber unter uns in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. So, wir haben 35 Dollar verdient und zur nächsten Wegmarke ist gesetzt, dass wir jetzt ein bisschen wo wir hinfahren müssen. So ist das für uns etwas einfacher, das Ganze. Na toll. Muss ich auch noch hier die Scheiße verticken, äh. So, wir müssen, wie gesagt, aufpassen wegen der Polizei. Und jetzt kriegen wir nämlich dort auch noch Probleme. Nein, und schon hab ich mich verfahren, oder? Nee. Nee, hab ich nicht. Gut. Ist nur etwas abgekürzt sogar. Wir müssen jetzt schon wieder die Bullen. Die werden wir mal ganz zärtlich überholen. Andi, die sind da uns vorbeigefahren. Gut. Das ist blöd. Ich muss auf die Karte schauen und wo ich hinfahre. Vor mir. Hindernisse und so, weil dann passieren nur wieder irgendwelche bösen Unfälle. Ich bin ja echt mal gespannt, wie viel wir von den Marken vertickt bekommen. Weg! So, jetzt. Ich werde gleich die nächste setzen. Wir werden versuchen, vielleicht einmal im Kringel zu fahren. Vielleicht schaffen wir das. So, Moment. Was war jetzt? Interessiert? Ja klar, sicher doch. Na okay, hier. Hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Die reden mir viel zu lang. Danken muss man auch. Das wird mir aber noch nicht angezeigt. Ey, aber die wollten nicht zu mir, oder? Ne. Ich halte mich doch an die Geschwindigkeit. Ich bin doch ein netter Bürger. Ein Fahrzeige-Bürger. Die machen mir zu lang bla-bla-bla an der Tankstelle. Dass das so ein Geschäft ist, hätte ich auch nicht gedacht. Sind das sozusagen Lizenzen, oder wie ist denn das? Also ohne das dürfen die nicht aus... Nein! 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 Ach, nö! Okay, Officers. Okay, ist ja gut. Belehren Sie mich. Geben Sie mir ein Knöllchen. Mit dem Fahrstil bringen Sie noch jemanden um. Das gibt einen Strafzettel. Ja, okay. Geldstrafe bezahlen. So. Dankeschön. Entschuldigung. Ich werde jetzt ein Tempomat reinmachen. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Okay, danke und tschüss. Komm, mach schnell. 50 Dollar. Verdammt. Verdammt. Tempomat rein. Jetzt reicht es aber hier. Und... Oh, Mann. Gut, ich habe ihn gerammt. Das hat jetzt nichts mit dem Tempo zu tun gehabt. Aber bevor wir jetzt wieder zahlen müssen... So eine Kacke nochmal. Verpisst euch. So, die nächste Benzinmarke. Dann die nächste hier. Ach, da drüben geht es ja auch noch weiter. Stimmt. Knall mal hier weg. Willst du vielleicht ein paar übrige Benzinmarken? Aber Emma. Wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Willst gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja klar. Ich hoffe bloß, ich kriege keine Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Ja, dadurch tun wir auch die ganzen Tankstellen freischalten. Ist eigentlich gar nicht mal blöd. Drei von sechs Tankstellen sind besucht worden. Da vorne sind wieder die Bullen. Aufpassen, dass man sie nicht rammen. Sonst können wir wieder zahlen. Sonst legen wir nachher drauf bei der Mission. Und wir lernen ein bisschen die Stadt kennen. Hat also auch Vorteile. Drei von sechs sind auf jeden Fall verkauft. Achso, ich muss nur sechs Stück. Das ist ja gut. Vielleicht können wir auch noch mehr. Vielleicht gibt es dann einen Bonus. Vielleicht schaffen wir auch alle. Aber das bezweifle ich irgendwie. Auf jeden Fall ein Tipp für euch. Falls ihr es spielt, macht es auch. So setzt euch eine Wegmarke. Am besten macht ihr auch den Tempomat rein. Fahrt das Ganze gechillt ab. Nicht, dass ihr noch Probleme kriegt. So wie ich mit den Bullen. Also versucht auf jeden Fall die Polizei nicht zu rammen. Das ist ungesund. Das gibt nur Ärger. Ich würde mich mal interessieren, ob wenn ich auf dem Highway fahre, ob sich dann der Tempomat automatisch mit einstellt. Cool wär's ja. So. Wollen wir das noch? Okay, sie sind gleich da. Dann machen wir die nächste Benzinmarke los. Alles schön verticken. Oh, der Haubendeckel fliegt schon bald weg. Da ist sie. Halt! Nicht dran vorbeifahren. So, gleich die nächste. Können wir ja die hier nehmen. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Okay, hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Ja, wär cool, wenn man so eine Tankstelle auch ausrauben könnte. Bin auch mal gespannt, was es kostet, wenn man tanken geht. Wie viel Kohle man da braucht. So, die Hälfte der Zeit ist vorüber. Und es läuft eigentlich recht gut. Wie gesagt, dass man sich eh gleich mal auf den Highway in. Und bin ich mal gespannt, ob der Tempomat auch hochschaltet. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Highway und Freeway? Ist das beides... Ah! Abbiegen. Ist das beides das gleiche eigentlich? Ich habe mich schon oft gewundert. Ich könnte ja auch mal bei Wikipedia gucken. Das weiß ja alles, Wikipedia. Das weiß sogar, wenn ich Geburtstag habe. Ich schaffe die Mission. Ich schaffe sie. Wenn jetzt nichts schief geht, also wenn ich jetzt nicht irgendwie überfahren werde oder die Bullen mich jetzt nochmal anhalten, dann müsste ich es echt schaffen. Irgendwo müsste es ja... Ah! Bullen. Sag ich doch. Irgendwo müsste der die Auffahrt... Ne, muss ich nicht drauf fahren? Wenn du jetzt abbiegst, sagst du. Ach, das ist ein Tunnel. Ah! Ah, es wird automatisch erhöht. Auf 65 Meilen. Das ist gut. Aber warum muss ich da keine Gedanken machen? Dann werde ich jetzt in Zukunft immer mit dem Tempomat fahren. Was natürlich, ich muss vor den Bullen flüchten. Hm, dann ist es eh scheißegal. Oh! Oh, es ist glatt! Ja, bremsen sollte man trotzdem, ne? So, hier ist die nächste Tanke. So, dann können wir gleich wieder die nächste auswählen. Die ist da oben. Da haben ein paar Benzinmarken übrig. Wenn Sie sie wollen. Sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem. Verstanden? Versteht sich, Kumpel. Ich glaube, da wurde gerade jemand überfahren. Das will ich hoffen. Lass mich weiter. Wir müssen noch eine besuchen. Dann haben wir es geschafft. Lass mich durch hier. Also alle werden wir nicht schaffen. Aber die letzte hoffe ich doch. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen jetzt. Oh, ich habe vergessen abzubiegen. Okay. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Weg jetzt da. Wann ist hier viel Verkehr nachts, ey? Guck mal, sagt ja die Stadt, die nicht mehr schläft, ne? Einmal hier durchquetschen. Nein, lass mich durch. Wir werden aber auf jeden Fall weiterfahren und probieren, ob wir die letzten auch noch hinkriegen. Aber wird sehr knapp. Wann ist das denn die Gurke hier durch die Ortschaften? Aber jetzt sieht man mal ein bisschen die Stadt. Hat ja auch Vorteile, ne? So was. So einen kleinen Ausflug machen. Ist eigentlich bald... Ah, bin bald da, ja. Ah, das ist eine schöne Gegend. Wohngegend so. Wird ich mich auch wohl fühlen. Cool. Hat hier da seinen Garten hinten dran am Haus? Also ich muss sagen, die haben es auch schön mit Details gemacht. Also das Spiel ist jetzt nicht so, dass man es nicht anschauen könnte. Aber ab jetzt da. Ich bin nochmal auf den dritten Teil gespannt, wie der aussieht. Wenn er vom Preis her okay ist und wenn es gute Kritiken gibt, dann werde ich ihn hier auch holen. Das wurde ja auch schon der Wunsch geäußert, ob ich spielen werde. Und ich denke mal, ja. Na? Wärst du mit ein paar Benzinmarken? Warum nicht? Das bleibt aber unter uns in Ordnung. Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ah! Ich sollte zu Joe zurück. Okay, dann können wir natürlich hier den Wegpunkt wieder wegmachen. Wir sollen zu Joe zurück. Und es wird auch schon gesetzt. So, wir haben eine neue Errungenschaft. Jetzt habe ich sie nicht gelesen. Scheiß, habt ihr sie gesehen? Ach, jetzt habe ich sie verpatzt. Ich war in die falsche... Ja, jetzt sieht er richtig gut. Ach, ich habe sie jetzt nicht gesehen. Schade. Jetzt wollte ich eigentlich gucken. Ja, wird schon was Besonderes sein. Dann muss ich nachher, wenn ich das Spiel beende, muss ich erstmal schauen, was ich gekriegt habe. Ich bin gespannt, ob es dieses Jahr wieder den Summer Sale gibt bei Steam. Wenn ich gerade schon mal dabei bin bei den Steam-Errungenschaften. Da kann man wieder richtig schön einkaufen. Das ist immer so eine tolle Sache. Also geht das Tempo nicht hoch? Darf ich nicht? Hm, egal. So, jetzt aber. Zurück fahren. Empire Bay, eine schöne Stadt. Aber jetzt könnte es auch mal wieder hell werden. Langsam ist es ein bisschen hier arg so trugselig. Obwohl es sei Winter. Also Winterlandschaften sehen eigentlich schön aus. Und so ein bisschen mit Licht. Boah, das ist immer geil hier. Die Skyline, der Ausblick. Richtig geil. Da fliegt ein Flugzeug sogar da oben. Seht ihr? Da. So, und ich glaube, ja, Little Italy ist immer richtig. Aber ich muss nur aufs Radar gucken. Da sieht man es ja auch. Und ab geht's in die Bar. Wo ist sie denn? Ah, ich bin gleich da. Ich habe schon gedacht, wir müssen alle abklappern. Alle Tankstellen aber. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Weg. So, wir gehen meine Lichter. Oh, da ist Blut. Scheiße, ich habe irgendwas überfahren. Wenn das die Bullen sehen. Das könnte bestimmt Ärger geben. Naja. Achso, ins Apartment. Nicht in die Bar. Sorry. Ins Apartment müssen wir. Weg! Ich muss doch abbiegen, du Vollspacken. Du Blöder. Ah, Mann, ey. Ich muss da rein. Ich muss da rein. Ich muss in die Garage. Das wird bestimmt wieder... Hast du ein Problem? Komm gleich raus, du. So. Garage parken. Und ab ins Apartment. Hä, ist auch kalt draußen. Bin wir hier. Mein Gott. Wo ist die alte Putzfrau? Die gammelt bestimmt wieder irgendwo rum. Und du hörst den Leuten zu, was die treiben. Nicht? Oh, ich schau. Wo bist du denn? Hallo? Ey? Ach. Der will jetzt schlafen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier unser Schnitt wird. Und. Wir sehen uns dann im nächsten Part in dem Fall wieder. Denke ich mal. Dann. Vielen Dank.